Danny Kenser, ich bin Projektleiter E-Business-Lot zu Schleswig-Holstein. Ich betreibe ein Infobüro für Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, ohne dass ich etwas verkaufe. Mich kann man kostenlos ansprechen und fragen, weil alles was ich tue, ist bereits vom Ministerium für Wirtschaft bezahlt und gefördert. Gerade weil ich eben nichts zu verkaufen habe, sondern alle Informationen wettbewerbsneutral und kostenlos für sie zur Verfügung gestellt sind. Ich bin gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft, deshalb überhaupt nicht umsatzorientiert, sondern tatsächlich daran interessiert, ihnen kostenlos zu helfen.